Hello, hello! Ich mag euch heute meinen Maschinen-Dream-Team von Panasonic vorstellen. Einmal hier die DGP90 und die kleinere GP23. Die beiden Maschinen sind gedacht für zwei völlig unterschiedliche Arbeitsbereiche im Grunde genommen. Die größere Maschine hier beinhaltet ein riesiges Repertoire für den Bereich Cut. Damit könnt ihr großartig Langhaar-Kurshaarstufungen erarbeiten und natürlich grandiose Übergänge damit schaffen. Ich finde, die liegt auch so toll in der Hand. Also es ist einfach eine super Universalmaschine. Und die kleine hier ist sozusagen die beste Freundin, würde ich sagen, von der großen. Mit ihr könnt ihr ganz toll Übergänge perfektionieren, ganz, ganz feine Konturen ausarbeiten. Und sie ist super, super flüsterleise außerdem am Ohr. Also sehr angenehm auch für Kundinnen und Kunden. Ich liebe einfach die Kombi. Ihr könnt damit wirklich im Salonalltag alles schneiden, was ihr möchtet. Beide haben eine ganz tolle Akkulaufzeit. Die große bis zu 150 Minuten, die kleinere Konturenmaschine bis zu 100 Minuten. Ja und ich meine, hallo, guckt euch mal bitte das Design an. Spricht doch schon für sich. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit diesen Maschinen. Nichts gibt es einfach, ein sehr gut plan. Auch hier sharpenen. Vielen Dank.